Meine geschätzten Freunde des unantastbaren Codex Astartes, wir sind zurück zum Let's Play von Space Marine auf dem Kanal QuestingNightTV. Und damit soll es auch ohne Verzögerung weitergehen mit der Kampagne hier. Wir haben uns ja in ein neues Stadtgebiet hier begeben. Ich bin perfekt ausgestattet heute für die Begehung dieses Spiels. Ich war eben noch in der lokalen Stemmstube hier gewesen, hab mich mit einigen Pelmenis aufgepowert. Und da kann es auf jeden Fall jetzt in das ruhmreiche Kettenschwert schwingen und schlachten hier gehen. So, hier in dieser verlassenen Bunkerposition können wir leider nichts mehr rausholen. Oh, was für ein rechtschaffender Schlag. Als den hätte natürlich keiner überlebt. Vielleicht nicht mal ein Primarsch, aber gut, schon allein der Gedanke ist ketzerisch hier so einen Hieb gegen einen Primarschen zu führen. Höchstens vielleicht gegen diese zwei, über die in diesen Tagen nicht mehr so viel geredet wird. Aber gut. Wer weiß, wer hier gerade mit im Vox drin ist. Deswegen will ich euch mal nicht hier mit solchen Gedanken plagen. Sondern hier. Schwerenboldere, Mann. Na, das ist doch mal eine glorreiche Aufgabe für einen Space Marine wie mich. Boats, 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 boats. Ey, die zerreißt sie wirklich komplett. Muss mal ganz kurz ein bisschen den Dampf hier rausnehmen. Komm, den einen Grott werdet ihr schon abwehren können. Ich werde mich weiter um die grüne Horde hier kümmern. Als wären wir hier in DayZ gelandet. Das ist schon überragende Feuerkraft hier. Da oben ist noch einer auf den Rängen. Den habe ich jetzt leider verpasst. Aber da haben wir jetzt schon einiges weggeflügt. Und ich glaube auch der hat ihn nicht überlebt. Jetzt die Frage, was ist hier X? Jawohl, das war... Das war genau das Richtige. Allerdings nur noch mit halbierter Munition. Ich hoffe mal, dass wir hier trotzdem was rausholen können. Wer schießt denn hier schon wieder? Also da gibt es wirklich gar keinen Widerstand gegen diese Höllenwaffe. Okay, wir haben noch 144 Schuss. Ich kann mit der sogar so ein bisschen vorwärts springen. Als damit jetzt so ein Grott hier abzuballern, das wäre schon grottisch. Aber gut, ein Schuss. Und er verwandelt sich in einen roten Nebel einfach. Feine Sache wirklich. Da sind noch ein paar. Gut, solange die nicht angreifen, werde ich meine Munition hier für die größeren, grobschlechtigen Feinde aufsparen. Wobei, nö, ich werde es trotzdem abknallen. Ja. Warum habe ich es jetzt mit mir rumgetragen? Aber egal. Stalker Bolter. Ist schon an der Zeit für Stalker Teil 2 oder was? Was für eine Zeit, um am Leben zu sein. Dieser modifizierte Bolter ist mit Zielgerät und extrem genauen Geschossen ausgestattet und kann Feinde aus großen Entfernungen ausfällen. Der Stalker Bolter funktioniert vergleichsweise gut als Präzisionsgewehr oder als Scharfschützenwaffe. Ja, geil. Wir sind jetzt hier als Snipermonkey unterwegs. Also meistens, wenn man so eine Waffe bekommt, soll man sie auch kurz darauf einsetzen, nehme ich an. Deswegen, wir gucken gleich mal. Wir haben natürlich die perfekte Position hier gerade, um ein bisschen zu snipen hier. Die Orcs sind in die Batterie eingebrochen. Wir haben es nicht hineingeschafft. Ja, ohne Mist. Die sind richtige MVPs einfach. Kannst du halt anders sagen. Ja. Jeder bekommt das, was er verdient. Ich wünsche niemandem was Schlechtes. Das würde schon reichen, wenn jeder das kriegt, was ihm zusteht. Was sind Kasagrin oder was? Das sah schon geil aus. Okay, benutzen... Betreten sie die Geschützfestung. Ich bin jetzt sehr geeicht, hier rumzusnipen. Deswegen gleich mal hier... Gleich mal abchecken. Aber nee, nix los. Okay, Granaten, Munitionen. Also mit denen bin ich auch ziemlich sparsam bisher umgegangen. Da können wir jetzt ruhig mal ein paar mehr einsetzen. Ah, schade. Es wäre zu geil gewesen. Dem direkt hier so einen Kopfschuss reinzudrücken. Aber ich denke fast mal, das war nicht die letzte Gelegenheit, die wir heute noch bekommen werden. Wow, 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 wow. Okay, da oben geht es direkt weiter. Glorreich. Schade, okay, ich sollte stehen bleiben. Als Scharfschützer. Haben die den ausgeschaltet? Natürlich nicht. Wo kommt er raus? Ich sag links. Scheiße. Okay. Da haben wir doch schon mal gut was aufgeräumt hier. Das ganze Stalken und Snipen wird sich schon noch bezahlt machen in den Annalen der Geschichte. Switch mal auf den Bolter. Wer weiß, was hier hinter der Ecke schon wieder lauert. Ah, hier hat einer wirklich einen massiven Kopfschuss nochmal bekommen. Ich dachte, jetzt kann man hier irgend so ein Easter Egg oder sowas beobachten. Aber gut. Dem war wohl nicht so. Dann gehen wir halt weiter ins Hauptgebäude. Ich schätze zumindest, dass es das Hauptgebäude ist. Und gucken wir uns hier mal noch ganz genau um. Also hier hinten muss safe irgendwas versteckt sein. Beziehungsweise geht halt sogar wahrscheinlich weiter. Deswegen. Wir suchen mal kurz in den Trümmern, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Vielleicht irgendein Relikt aus vergangenen Zeiten. Aus, ja, ein Überbleibsel alter Tage. Was vielleicht so ein bisschen Aufschluss gibt über das Leben damals. Das ist jetzt die Basilika, nehme ich an. Die wir vorhin schon mal so ein bisschen erahnen konnten. Durch den ganzen Schutt. Aber wir müssen, wer hätte es gedacht, dem vorgesehenen Weg weiter folgen. Da hat man jetzt einen schönen Rettich bekommen, wenn wir hier durchgelaufen wären. Na, ein Glück. Okay. Es ist zu ruhig. Hier geht doch auf jeden Fall was ab. Da könnt ihr mir nichts erzählen. So, da kommen die ersten Molotow-Schmeißer. Okay, dem konnten wir zum Glück ziemlich schnell entledigen. Munition haben wir eigentlich echt genug. Wir waren gerade ziemlich zugeschissen. Und wieder der Wink mit dem Zaunspal. Ja, benutzt mehr Granaten, Leute. Werft keine Bierdosen. Nehmt Klavierflügel. Oder so. Perfekt. Okay, meine Inbrunst fühlt sich auch schon wieder extrem. Da geht gleich so einiges. Erstmal hier die Marodeure noch über den Haufen geschossen. Das Teil hier noch hochgehen lassen. Es kommt schon. Jetzt geht mir auch mal einen ordentlichen Kampf hier. Genau so. Das war doch mal, zumindest ein bisschen zum Anti, sondern so ein kleines, ein kleines Vorspiel. Aber mal nur die Spitze vom Kettenschwert heute. Kommt schon. Ihr Grünen. Den hat es schön zerrupft. Okay, jetzt kommen sie ja von allen Seiten, oder was? Na gut. Ob ich mir das so gewünscht habe, bleibt abzuwarten. Wir haben hier auf jeden Fall einige Möglichkeiten der Deckung. Das ist ganz, ja, fein. Aber jetzt ist die Frage, wo bleibt die Horde? Ich dachte gerade hier so ein explodierender Squick. Kommt jetzt des Weges daher. Ne, das war noch nicht der Kopf gewesen. Aber gut, der hat auf jeden Fall gesessen. Das kann doch nicht sein. Das muss sich hier doch irgendwie um einen Hinterhalt handeln. Also die OICs, die sind doch hier nicht so schwach auf der Brust, an so einem strategischen Punkt hier. Das Gebiet hätte man doch schon ziemlich gut halten können. Hier gibt es so viele Möglichkeiten der Verteidigung. Das Spiel will mir irgendwas sagen, aber ich traue dem Frieden hier nicht. Ah, dort oben. Scheiße, okay. Die sind so schnell, dieses kleinen Wichser. Wir sind dort oben so rumwuseln. Gut, dann gehen wir halt zum vorgesehenen Ziel. Immer drauf bedacht, dass hier gleich so ein Squick um die Ecke kommen könnte. Aber es sind halt nur ein paar OICs und die flüchten alle. Da oben kommt die Horde. Lass sie nur kommen. Okay, und los geht die wilde Schlacht. Are you not entertained? Gib mir mehr von ihnen. Ein mehr von Leibern. Umringt vom roten Nebel bin ich der fleischgewordene Zorn des Imperators. Bereit, den Feinden in den Tod zu bringen. So. Das war sie schon. Kommt schon. Das könnte es doch noch nicht gewesen sein. Na gut. Wir gehen mal weiter in diesen Komplex. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwelche Komplexe kriegen. Es geht nämlich unter Tage hier. Da kann so manch imperialer Soldat schon mal den Verstand verlieren. Für so einen gestandenen Schlachtenbruder wie uns. So, das nächste Speicherpunkt. Und wir gehen rein. Okay, eine weitere Landungskapsel. Hm. Das schaut doch interessant aus. Oh yeah. Ein Sprungmodul. Jetzt geht die Party auf jeden Fall los. Das macht schon gleich nochmal einen ganz schönen imposanten Eindruck. Sprungmodul freigeschaltet. Halte A gedrückt, um das Sprungmodul auszulösen. Drücke im Flug X, um dich auf Gegner zu stürzen, um diese zu lähmen oder zu töten. Ja, darunter mache ich es nicht. Fernwaffen sind während des Tragens eines Sprungmoduls auf Boltpistole und Bolter beschränkt. Ist okay. Gut, dann gucke ich mir mal noch ganz kurz, ob hier unten noch irgendwas übersehen wurde. Die Kollegen gehen jetzt wahrscheinlich unten lang. Und wie es ausschaut, bin ich dann dort oben auf mich allein gestellt. Und es geht in den rot gleißenden Himmel. Damit, meine Freunde des Ruhmreichstrebens, belassen wir es jetzt erstmal bei diesem Part von Space Marine. In der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall die Lüfte hier dominieren. Seid dabei. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Gebt gerne ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge bei QuestingNightTV. Ciao, ciao.